So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zurück zu Let's Play Castlevania Lords of Shadow. Im letzten Part haben wir hier die Abtei-Bibliothek geschafft. Und heute nehmen wir uns mal den Abteiturm vor. Dorin hat seine Menschen zu sterben oder besser abgeholt. Eine kraftvolle Relic hält die Vampiren an Böden, und wir müssen es nehmen, wenn wir keine Chance stehen, gegen die Dark-Lords-Minionen. Ich weiß von einem secreten Weg, der mich an den Top der Tauern über einen anderen Weg bringen wird. Gabriel muss jetzt seinen eigenen Weg finden. Okay, Moment, ich muss mal kurz was erledigen, ganz schneller. Hallo. Äh, bin ich da. Und schon geht's weiter. Dann rushen wir mal hier. Ach ja. Ich kann mich noch in Bruchstücken an den Tauern erinnern. Ich glaube, das war sehr nervig, hier rumzuklettern. So weit wie ich das noch im Kopf habe, war das für mich nervig. Der hat ja was. Hat er eine Schriftrolle? Ja. Ich bin in die Abtei eingedrungen, doch musste ich einen hohen Preis bezahlen. Zwei meiner Brüder fanden durch Dorins teuflische Fallen den Tod. Verflucht sei er, dieser selbstsüchtige Feigling. Das Relikt, das er besitzt, könnte so viel retten, doch dennoch sperrt er es weg zu seinem eigenen Schutz. Und er will ein Diener Gottes sein? Es fällt mir schwer, ein solches Benehmen zu vergeben. So viele leben ausgelischt, nur wegen ihm. Verflucht sei seine Seele. Schwester Laverne, Bruder Abbernard. Ich werde euch rächen. Soll das ein K sein? Egal. Ja, du hast auf jeden Fall mal nicht geschafft, die zu rächen. Dann gehen wir halt hier lang. Oh. So. Jetzt geht es wieder mit Dain los. Mit dem Uhlen. Boah. Ah, boah. Ein bisschen. Ah, nö. Scheiß. Ghoul. Geh ich mal noch die Nerven. Mach, dass du wegkommst, Arschloch. Äh. Schnelle umgucken hier. Da hinten geht es runter. Ich gehe mal hier. Äh, genau. Ich würde mal wegen sowas hier hinten rum. Oh, schön. Ein Lebensstern wieder. Dann gibt es wieder ein Lebensupgrade. Das finde ich doch. Ja, wie finde ich denn das? Finde ich sehr toll. Äh. Hier könnte ich uns gleich. Alles mal auseinandernehmen hier. Wir müssen gleich weitergehen mit den Ghoulen. Die Scheiße. Hier liegt auf jeden Fall jemand. Was hat der? Wahrscheinlich eine Schriftrolle. Äh, ja, gut. Bin gerade durch die Nachricht, die ich gelesen habe. Gerade voll verwirrt. Ist ja egal. Wenn die Magie zur Neige geht, ist es wichtig, wieder an Fokus zu gewinnen. Denn nur dann lassen die Feinde neutraler Energiesphären fallen. Einfach drauf loshacken funktioniert nicht. Hä, 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 hä. Doch, manchmal schon. Man muss Geduld beweisen. Den Feind schlagen und ausweichen. Schlagen und ausweichen. Langsam und methodisch. Sobald man fokussiert ist, muss man die Sphären in den Magiebehälter absorbieren. So lassen sich die Kreaturen der Nacht bezwingen. Als wüsste ich dies nicht. Gläser. Ach, ist ja. Äh, gut. Das hat man schnell gesmasht. Ich habe hier mal einen Weg gemacht. Oh, ne. Aua. Aua. Mann, gehen die Viecher mir auf den Nerv. Ja, mal schnell das Tor hier aufmachen. Ich brauche wieder Energiesphären. So. Dann geht es hier weiter. Kamera. Warum? Why are you doing this to me? Jetzt geht die Klettererei. Die ich ab und zu sehr hasse. Schafft er das? Einen anderen Weg hatte ich jetzt nicht gesehen. Oder geht es hier links rum? Nö. Links rum geht nicht. Oh. Ah, schön. Riecht hier alles ein. Ich muss hier hoch. Wie sieht das aus? Ah. Hm. Und hoch. Und die Frames brechen ein. Ach du lieber Himmel. Und rüber hübsen. So nicht. So geht es schon eher. Hätte ich früher machen sollen. So geht es euch an, wie hoch mal schon geklettert sind. Für die kurze Zeit. Ähm. Ähm. Hallo. Gibt es hier irgendwie was? Ah. Hier gibt es noch einen Lebensstein. Sehr schön. mehr Leben. Du hast deinen Lebenssteinmedaillern gefüllt und so deine Gesundheit gesteigert. Das weiß ich schon selbst spiel. Trotzdem danke für diesen Hinweis. Das weiß ich vielleicht rechts rum. Oder. Äh. Na guckst du. Ja. Gut. Gut, dass ich nach links gegangen bin. Guckt sich immer so um. Die Kamerafahrt hier gefällt mir jetzt auch nicht wirklich. Ich dachte hier fliegen jetzt irgendwie Steine runter. Weil scheiße. Genau. Das ist sowas. Oh ne. Scheiße. Das kann ich hier auch. Schwingen. Und so. Jetzt habe ich es richtig. Äh. Ja. Hier rüber bitte. Und wahrscheinlich hier durchbrechen. Ach mal einfach mal. Es geht. Inhalte. Wo ist das? Wo ist das? Wo ist das? Inhalte. Nein! Geh weg von mir! Ich weiß, wer du bist. Der Teufel hat dich gebracht. Du bist dämonen, die ihn verraten! Er hat mir gesagt, dass du kommst. Er hat das gemacht, um mich zu verraten. Deine Menschen verraten, während du hinter den Einzelnen, die sie verraten hat. Du hast nicht gewusst, dass du dich ein Mann von Gott呼fst. Gabriel. Nein! Es ist meine! Du kannst es nicht! Es gibt eine große Herausforderung als du. Du kannst es nicht! Du bist nicht wertvoll! Beden hilft er jetzt auch nicht mehr. Es ist nichts. Es ist nichts. Es ist kein weiteres. Alter, brechen die Frames gerade auf. Na, also eine gerechte Strafe bekommen, Alter, die Frames. Boah, Gott tut mir leid, dass es hier gerade so schrecklich ist. Was ist das? Was ist passiert? Sie wollen dich, Herr. Sie wollen dich alleine. Du musst in die Stadt gehen, oder sie werden uns alle töten. Du wirst, das ist eine Schraube. Ich weiß, aber trotzdem muss ich gehen. Geh, was du musst. Ich nehme den Mann an. Ja, und jetzt haben wir den Abteiturm geschafft. Alle Magiesteine gefunden, die es zu finden gab. Und ein neues Reliquium. Die Weihwassafion. Oh, neue Talente sind freigeschaltet. Äh. Na, das juckt mich nicht. Zweite Weihwassafion. Gemüller Schild. Ah. Okay. Ja, wenn die Weihwassafion ausgewählt sind, kannst du bedrücken, um eine Topfene auf den nächsten Feind zu werfen. Benutzt du diese Waffe, während du dich in der Luft befindest, wird sie direkt nach unten geworfen. Weihwassafion übt auf Vampire und Untote eine besonders verheerende Wirkung aus. Reliktkräfte. Ging nicht wirklich was. Äh, ja, nö. Fortgeschrittene Techniken. Dann will ich lieber... Na gut, dann eben nicht. Dann sitzen wir... Geh mal hier mal. Gut. Aber... Bevor wir jetzt das nächste Level starten, mach ich hier nen Cut. Und würd sagen, wie immer, wenn's gefallen hat, lass doch nen Daumen nach oben. Ein Abo oder ein Kommi da. Würde mich freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.